Umstell, Ersatz, Wegglass und Erweiterungsprobe Smiller und Derry sind auf Spurensuche. Derry hat hinter einem Bild in seinem Bau die Schnipsel einer Schatzkarte gefunden, die die beiden jetzt mühsam zusammensetzen. Die Karte, die von niemand geringerem als Derrys berühmten Urahnen Dingelbert Dax stammt, hat es in sich. Welchen Hinweis ergeben die ersten Schnipsel? Am Morgen gehst du mit einem Fernglas zum Teich. Das klingt doch schon mal gut. Doch, oh nein. Scheinbar können die Schnipsel auf mehrere Weisen zusammengesetzt und der Satz so umgestellt werden. Am Sinn des Satzes verändert sich zum Glück nichts. Smiller und Derry haben, ohne es zu wissen, die Umstellprobe angewandt, die manchmal auch Verschiebeprobe genannt wird. Sie ermöglicht es dir zu erkennen, welche Wörter oder Wortgruppen die Satzglieder eines Satzes bilden. Alle Wörter, die beim Umstellen zusammenbleiben, bilden einen Satzglied. Genauso wie die einzelnen Wörter. Die Umstellprobe trifft nicht auf das Prädikat zu, denn dessen Position ist immer fest. Das finite Verb bleibt in einem Aussagesatz immer an zweiter Satzgliedstelle stehen. Die Wörter dürfen bei der Umstellung in ihrer Form nicht verändert werden. Neben der Umstellprobe gibt es noch die Ersatzprobe, die eine Bestimmung der Satzglieder ebenfalls ermöglicht. Derys Freundin Smiller findet nach einer Weile weitere Schnipsel hinter dem Bild. Bei der Ersatzprobe ersetzt man ganze Satzglieder durch Einzelwörter. So stellt man zum einen fest, welche Wörter ein Satzglied bilden und kann zum anderen sprachliche Wiederholungen vermeiden. Die Wortgruppe Derys Freundin Smiller kann zum Beispiel einfach durch das Pronomen Sie ersetzt werden. So ist der Satz kürzer und Derys Freundin Smiller wurde als ein Satzglied erkannt. Auch nach einer Weile kann durch die Ersatzprobe schnell als Satzglied erkannt werden, kann es doch zum Beispiel durch Spärter ersetzt werden. Hinter dem Bild kann ebenfalls ausgetauscht werden und zwar gegen dort. Hierbei handelt es sich also auch um ein Satzglied. Man könnte auch das Prädikat findet und weitere Schnipsel ersetzen, aber dann würde man den Satz am Ende gar nicht mehr verstehen. Doch was ergibt der nächste Hinweis? Du gräbst am sonnigen Rand des Ufers ein Loch mit deinem Spaten. Bei dem neuen Hinweis kann zum Beispiel die Wecklassprobe genutzt werden, um herauszufinden, welche Wörter zusammen ein Satzglied ergeben. So kann man am sonnigen Rand des Ufers weglassen und erfährt so, dass es sich bei dieser Wortgruppe um ein Satzglied handelt. Genauso gut könnte man aber auch mit deinem Spaten weglassen. Also handelt es sich hierbei auch um ein Satzglied, das mithilfe der Wecklassprobe erkannt werden kann. Auch ein Loch kann ausgelassen werden und zeigt so, dass es ebenfalls ein Satzglied ist. Nicht alle Satzglieder kann man wegfallen lassen. Du und Gräbst bilden zwar auch Satzglieder. Diese können aber nicht mithilfe der Wecklassprobe ermittelt werden, da Subjekt und Prädikat in der Regel in einem Satz vorkommen müssen. Smiller und Dery sind sich sicher. Sie werden den Schatz finden. Smiller und Dery gehen auf Schatzsuche. Neben den bereits erwähnten Proben gibt es noch die Erweiterungsprobe. Sie hilft dir weniger dabei, Satzglieder zu erkennen, sondern eher den Informationsgehalt eines Satzes zu erweitern. Momentan enthält dieser Satz eher wenige Informationen. Wenn man aber zum Beispiel mit am Morgen eine adverbiale Bestimmung ergänzt, dann gibt der Satz schon mehr Preis und enthält ein Satzglied mehr. Wenn man den Morgen genauer beschreiben möchte, könnte man noch frühen davor setzen. Die adverbiale Bestimmung wird hier also durch ein Attribut erweitert. Smiller und Dery haben Spaß. Manchmal kann man Sätze auch durch Objekte erweitern und so mehr Informationen vermitteln. Smiller und Dery haben bei der Schatzsuche Spaß. Mit bei der Schatzsuche wurde der Satz um ein Objekt erweitert und verrät so, wobei genau die beiden Spaß haben. Bei der Erweiterungsprobe kann man Sätze also mithilfe von adverbialen Bestimmungen, Attributen und Objekten ergänzen und so den Inhalt erweitern. Doch konnten Smiller und Dery alle Schnipsel richtig zusammenlegen? Bevor wir das erfahren, schauen wir uns noch kurz eine Zusammenfassung an. Du kannst Satzglieder unter anderem als solche erkennen, indem du sie entweder an eine andere Stelle im Satz stellst, indem du sie durch ein anderes Wort mit ähnlicher Bedeutung ersetzt, oder indem du ganze Wortgruppen eines Satzes weglässt. Und das alles ohne, dass dieser Satz dabei seinen inhaltlichen oder grammatischen Sinn verliert. Mithilfe der Erweiterungsprobe hingegen kannst du deine Sätze erweitern und sprachlich verbessern. Aber haben Smiller und Dery den sagenumwobenen Schatz von Dingelbert Dachs gefunden? Oh, das war also sein größter Schatz. Ich schöne die Sätze.